Oft kam die Frage, wie meine Videos denn entstehen, was ich dafür benutze, nach welchem Prinzip ich vorgehe oder ob ich von manchen Sachen Tutorials zeigen kann. Diese Fragen sind schnell abgehandelt, zeigen aber auch nicht wirklich, wie ein Video entsteht. Denn ich weiß es selbst nicht. Kurze Vlogs ausgenommen bearbeite ich so gut wie alles mit Premiere Pro, After Effects und Photoshop. Kameratechnisch benutze ich eine Legria Mini X, PowerShot G7 und eine 600D, sowie für Audio ein Rode NT1A, ein Blue Yeti Mic und Audition. Streng genommen beherrscht jeder Camcorder, jede DSLR, jedes Smartphone heutzutage mittlerweile HD. Jeder Zehnjährige schafft es heutzutage, sich ein Videoschnittprogramm zu cracken und jeder findet mittlerweile zu fast jedem erdenklichen Effekt online ein Tutorial zum Nachmachen oder gar als Template zum Download. Doch ist das dann Qualität? Und ist es auch, wenn es edel aussehen mag, gleich schön anzusehen? Du kannst auch mit der schlechtesten Handyqualität ein atemberaubendes Video zaubern. Denn eigentlich kommt es nicht auf die optische Qualität, das rauschfreie Audio an oder einen bombastischen Schnitt. Klar, es ist dann angenehm zu schauen. Wahrscheinlich legt man dann aber oft weniger Wert auf andere Sachen und versinkt so im mittelmäßigen Einheitsbrei, der schnell verkümmert. Oder man lockt mit polarisierenden Bildern und Titeln, sodass das Video zur Nebensache wird. Also, ab wann ist ein Video gut und sind meine Videos gut? Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung. Man kann oft nur danach gehen, wie man etwas selbst gern sehen würde oder wie die Masse es aus Gewohnheit begeistern könnte. Aber weder das eine noch das andere muss gleich heißen, dass es gut wird. Gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum perfekten Video? Nein. Ich selbst habe oft ein Ideen im Kopf oder gar ein Video, wenn ich einen Song höre. Stehe ich dann vor der Videoaufnahme oder sitze am Schnitt, merkt man. Man kommt so gut wie nie auf die Umsetzung, die man sich vorher im Kopf ausgemalt hat. Egal ob bei einem AMV, einer Art Dokumentation oder einem Sketch. Ich weiß bis zum Schluss nie, wie das Video wird. Wenn du mitten in der Aufnahme bist, wirkt oft alles ganz anders als in der Vorstellung. Oft ist man dann gedanklich auch woanders. So geht es mir zumindest. Oft filmt man etwas höher oder planlos und bemerkt dann beim Schnitt im Einklang mit der Musik, wie etwas wirken kann. Ich habe kein bildliches Skript und ergänze nach Gefühl, Szene und Szene. Verwerfe Szene und Szene und merke plötzlich, dieser Effekt würde hier passen, diese Szene hier oder der Song dort. Was mir am wichtigsten ist, ist wie gesagt, die Atmosphäre. Wenn die nicht stimmt, ist das Video nicht gut. Doch wie entsteht Atmosphäre? Ich finde, wenn man sich einfach mal auf den Boden legt, alles auf sich wirken lässt, jede Perspektive, Jedes Geräusch, jeder Lichtfall trägt zur Atmosphäre bei und kann etwas beitragen, es ganz anders wirken zu lassen. Jede Verkleidung oder Anzug, jedes Symbol oder Geste und natürlich jede Musik. Du kannst eine Szene verwenden und jedes Mal eine andere Musik drunter legen. Es wirkt jedes Mal anders. Es kommt drauf an, dass man sich mal traut, was auszuprobieren und auch mal Fehler in Kauf nimmt oder es auf den ersten Blick auch mal scheiße ausschaut. Zum Beispiel die Left Boy Musik Videos sehe ich mir sehr gerne an, weil dort eben mit allem möglichen experimentiert wird. Und auch wenn du dir Mühe gibst, Sachen auszuprobieren und sich ein paar Schnittfehler einschleichen, ist es perfekter als ein komplett ohne Schneidefehler gehaltenes Video, das wie von der Stange wirkt. Jedes Körperteil kann symbolisch anders wirken. Alles kann Inspiration sein. Viele werden sagen, ich habe doch jetzt gar nicht beantwortet, wie meine Videos entstehen. Aber auf den zweiten Blick habe ich das schon. Die Erzählweise dieses Videos wird nicht jedem gefallen. Aber wen das Ganze vielleicht etwas zum Nachdenken gebracht hat oder man etwas nun von einem anderen Standpunkt aussieht, dann habe ich schon viel erreicht. Vielleicht rede ich auch nur Schwachsinn, aber wer weiß das schon. Aber mal eine Frage, wenn das Schwachsinn ist, sind das Träume dann auch? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.